Hallo zusammen, die nächste Übung ist eine Partnerübung. Sucht euch dazu gerne irgendwie Mama, Papa, Geschwister, Freund, Freundin und dann könnt ihr diese Übung machen. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, dann macht ihr das einfach, tut ihr so, als ihr es hier im Partner. Also, ihr dribbelt mit der rechten Hand los und auf der Mitte gebt ihr euch einmal den linken Fuß. Auf dem Rückweg wechselt ihr dann einmal die Hand und macht das dann mit der linken Hand und dem rechten Fuß. Das Ganze immer so weiter, also jetzt wieder mit der rechten Hand und dem linken Fuß und am Rückweg dann wieder mit der linken Hand und dem rechten Fuß. Macht das gerne erstmal langsam, wichtig ist, dass ihr euch immer in der Mitte trefft. Und davon machen wir immer fünfmal. Und davon Recognition